Was ist das? Das ist Luisa's Protein, aber es fehlen einige Teile. Sofort auf den ersten Blick gesehen, natürlich. Okay, können wir zwar hier rein, aber es ist auch hier unter dem Bett. Die haben aber wirklich überall ihre Wimblewild-Spiele versteckt, ne? Hey, dann darf der Grey Edge mal ran, zieht so das Höschen von ihr runter und dann einfach so ein Wimblewild in die Fresse bekommen. Dann finde die Pussy. Boah, Mann. Ist ja schlimm. Einfach mal ein bisschen klicken. Es gibt ja, glaube ich, eh keine Erhungenschaften, die kommen wir später hinzu. Das ist ein Harry Potter-Blitzname. Wollte ich schon sagen, die muss doch wichtig sein, so wie die leuchtet. Haben wir jetzt genug gesammelt? Nein, anscheinend nicht. Tipi. Tipi, das sind die anderen Zelte, oder was? Scheinbar. Handschellen. Das sind Handschellen. Ah, okay, müssen wir... Außerirdischer. Da ist die T. Dänisaurier. Da. Eine Säule. Da? Ah, nee, das da. Okay. Geschafft, ja. Was ist das? Ein Medaillon. Ein Medaillon, Medaillon. Warte, ich erinnere mich gerade. Oh, hier, guck mal, hier, was denn hier? Bis man das erst später sieht. Los, brech Eisen, brech auf. Noch mehr Schnipsel. Luisas Gesicht, der hat sie zerschnitten. Obwohl sie da irgendwie auf dem Bild drauf sind. Info. Setze die Teile wieder zu einem Bild zusammen. Ziehe die Zeile und spalte so, dass sie... Nein. Tu mir das nicht an, Spiel, bitte. Ich will auf Löse klicken. Das könnt ihr vergessen, das werde ich nicht so spielen. Nein, du solltest... Vor allem, es funktioniert mal so richtig. Es ist aber doch einfacher... Okay, ich hätte so einen Motor nicht lösen. Es war doch einfacher als gedacht. Komischerweise. Ich dachte, ich müsste jetzt extra einfach so das eine dahin, das andere dahin, so extra auf Kästchen, nicht nur rein, sortieren. Ein Knopf. Ist ein Knopf hierfür? Tatsache. Ach, das Rätselspiel. Ach ja, ich erinnere mich. Das wird auch noch ein Spaß. Ja. Medaillon. Wo war Medaillon? Medaillon vielleicht für die Leiter? Ist da ein Medaillon? Scheinbar ist da ein Medaillon. Jetzt haben wir eine Leiter. Und dann können wir noch einen Uhrenzeiger. So, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Ich hätte gerne die Leiter. Zack. Die verstecken ihren Müllsäger schon in Bäumen. Was ist verkehrt mit der Familie? Eine Granate. Die verstecken Granaten in den Baum. Wo ist denn hier eine Granate? Eine Maus. Da war die Handgranate. Ist ja wirklich eine Handgranate. Ich denke mal einfach nur so... Wie kommen die erstmal da ran und... Warum tun sie es da verstecken? Sowieso für schlechte Zeiten oder Art? Ja, Schatz. Lauf mal eben zu dem Baum. Hol mal eben... Eine Panzerfaust raus. Eine MG und so weiter. Falls wir mal wieder überfallen werden. Ja, ja. Wer kennt es nicht? Eine Flöte. Ich flöte die auch nicht mal. Was, ey? Und eine Schaufel. Muss denn hier eine Schaufel sein? Das war eine Schaufel. Okay. Gut. Wir kriegen eine Maus. Ich kann mir schon decken, wo wir es da machen müssen. Wir haben ja hier eine Katze hocken. Hier, nimm die Maus. Wobei die Maus sehr komisch aussieht. Der guckt dir an, wie die Maus aussieht. Sehr katastrophal. Miau. Und hey, wir kriegen Dynamit. So, hier. Oh, wir machen 45 und 11 Uhr. Jetzt müssen wir noch... Hä? Okay, wir müssen Tiere zusammensitzen. Mein Lieblingshobby. Ich hatte mich schon gefragt, wann ich das endlich wieder machen darf. Weil es ist so spaßig. Das ist eine wahre Lebensfreude. Seht ihr, wie ich gerade vor... Wie das Leben aus mir rausstrahlt? Das tut es gerade wirklich, aber halt im negativen Sinne. Na toll, jetzt hängt mein Nachbar noch an zu bohren. Ich hasse ihn. Äh, jetzt dreht dieses Scheißbein. So, 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 so. So, und... Die Kaffee ist perfekt. Was kriegen wir jetzt mit? Eine Uhr. Was haben wir mit der Uhr? Die Kaffee sind immer noch beschäftigt. Ist doch schön. Müssen wir jetzt hier die Uhr dran legen? Ne, das sei ja eigentlich nur ein Hinweis. Hier, guck mal. Dynamit. Hey, ja, äh... Stellt mal noch die Uhr dran setzen? Alles k... Und! Warum war das jetzt so pixellig? Ich kriege jetzt mal ein neues Ding. Und natürlich bleibt das Heide und wir haben... Was ist das? Schnauzen noch bei unerfährenden Objekte. Naja. Alles klar, wir machen einfach alles kaputt. Aber wo sollen wir die Objekte herkriegen? Ops, falsch abgebogen. So. Ja, haben wir heute das Ding geschafft. So, hier, da haben wir noch was, aber... Wir können da nichts machen. Wo können wir denn jetzt noch was machen? Wird ich hier was geben? Nur. Ob wir hier irgendwie was machen können. Fragmente, ja? Siehst du mal. Wer ist? Stein. Hau kaputt. Schade, geht nicht. Äh, ja, ich will hier raus. Danke. Was soll ich mit dem Stein machen? Soll ich Lisa totschlagen oder? Grey Grey. Mache ich denn mit dem Stein? Da haben wir denn hier noch was. Äh... Gute Frage. Achso, ach klar. Werfe einen Stein dagegen. Das klappt wirklich. Wir konnten ja nicht hinter dir, hinter den, den, den gehen und ihn nachgucken, ne? Nein, das ging nicht. So, jetzt haben wir die Biene. Da haben wir doch hier im Haus was. Nicht da. So, was kriegen wir hier? Geliebt. Dies wurde bestimmt mit Absicht geschrieben. Aber von wem? Von deiner Mutter. Ich bin... Verblüfft. So. Hier. Info. Gib das Passwort ein. Die Reihenfolge der Buchstaben bestimmt nicht, äh... empfindet er die richtige Reihenfolge aus. Aber wie soll das Passwort denn lauten? Ich glaub doch keiner, wer das Passwort leisten soll. Weil es gibt so viele Auswahlmöglichkeiten. Kennen Sie doch mal auf, wenn Sie bohren. Das ist nervig. Äh... Kann man wieder Luisa vielleicht? Lu... 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 Sa. Oh, falsch rumgeschrieben. Wie ist das... Wie ist die Lösung von dem Passwort? Ich google jetzt. Grimtales... 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 1... Passwort... Ne, ich erbe... Äh... Äh... Cool, die sind lieber Screenshots, aber was bringen, so wie die diese Screenshots bringen? Nix. Äh... Grimtales... Grimtales... Lösung. Lösungshilfe zum Spiel. Ja, ich freu mich. Kapitel 2. Wo sind wir jetzt? Steinkreise. Äh... Nimm das Taschenblatt, das hatten wir ja schon. Hm, 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 okay, wir müssen dann wohl hier anfangen. Wir gucken einfach mal hier. Äh... Was ist das denn, die Technik für eine Lösungshilfe? Hm... Ba, 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 ba... Ja... Okay, ich geb mich auch jetzt weiter durch. So... Hm, hm, hm... Äh... Äh... Ach... So... G... Liebt. Nein, das ist wohl wahrscheinlich geschrieben. T... B... E... I... L... E... G... Stimmt auch nicht. Ach da... Hm... T... E... Was? B... I... E... L... G... Geliebt habe ich doch gerade... Habe ich das gar nicht gemacht. Egal. Ja, wir haben das letzte Teil gefunden. Wuhu. Boah... Ja, wir können jetzt das Rätsel lösen. So... Boah... Äh, wisst ihr was, ich will zum Roh... So... Höhöhö... Äh... B-b-b-b-b-b-b... So... Okay, wie sollen mir diese Bilder helfen? Okay, ich probiere es einfach selber. Das wollte ich auch, glaube ich, lieber. So... So... Also... Das brauchen wir erstmal jetzt... Wie kann ich das denn... Ah... So... Okay... Äh... B-b-b-bim... So... So... Gut, der muss noch weg. Äh... Mh... Frage ist nach wohin. So... So... So wie dumm von mir... Glaub ich. Eäh... So... 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 ... ...